Okay... Pfuh! Glück gehabt! Oder so... Pfuh! 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 So, dann hier hoch! Wo bin ich jetzt? Krasser Scheiß, was geht ab? Ich finde nichts in diesem Spiel Bang! Uiuiuiuiui! Das war ziemlich knapp gerade! Ähm... Boah, Alter! Ist doch gut, ey! Dieser Affe! Wahnsinn! Boah! 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 Achso, hier kann man nicht richtig springen, ja? Will ich drunter fallen? Danke! Ähm... Ja... Schlag halt! Boah! Oh... Kacke! Hehe. ... ... ... Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh! Erstmal eine andere Kamera ansicht bitte. Bis dahinten noch. Geh mir halt auf den Sack! Uiuiuiuiuiuiuiui! Aber ich glaub selbst wenn ich herunterfalle, passiert nichts. So. Jetzt geht er hoch. Doch, dann gehe ich halt hier runter. Kopfsprung! Yeah! Gut, und wo finde ich jetzt die restlichen Münzen? Das weiß kein Mensch. Oder sind die hier am Rand irgendwo? Nö. Aber mir fehlt sowieso gerade noch eine rote. Gut, keine Ahnung was ich da abwunden soll. Oder sollte. Bitte. Hallo? Hm. Geben die wieder nur ein Leben? Oder... Ach, scheißegal. So. So. Münze! Komm her! Danke! Den haben wir weg. Mach's gut, Blasterliko. Tschüss! Schön, dass du dabei warst. So lange und so und... Weißt du. Ja. 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 Bombs! Ja. 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 Ich dachte ich könnte mit ihm auf der Hand noch springen. Weg. Ich werfe dich am besten so ungefähr dahin. Jetzt habe ich 70, mir fehlen immer noch 30. Wie soll ich die denn herkriegen? Also ich weiß wo ich 2 herkriege, denn ich habe erst 7 rote Münzen. Aber ansonsten habe ich meines Wissens nach alle geholt. So, dann muss ich einmal hier hin. Wird aber nicht so mittelding zwischen beiden Ansichten. Aber das gibt es ja nicht. Hm. Hm. Ich hatte da eben ein ordentliches Stück ausgelassen. Ja ne, dann habe ich jetzt komplett alles abgesucht und es fehlen immer noch 28. Ups. Boah, warum rollt denn hier so scheiße? Puh. Wau da ba da ba da ba da ba da. Wau da ba da ba da. Da, wau da ba da ba da da. Und dann kannst du sie auf dem Weg zum Gipfel wiederfinden. Boah, wenn ich doppelt so viel Schaden nehme ohne Mütze, dann ist das hier ziemlich säckig. Du wirst von zwei Kugeln umgerollt. Nach Möglichkeit sogar noch gleichzeitig. Warte mal. Gab es hier nicht irgendwo was? Offensichtlich gibt es hier etwas. Na! Entdeckt! Ähm, kann ich den jetzt kriegen? Nö! Gut, kann ich hier nochmal rein? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ach du Scheiße! Hier gibt es einfach eine Todesstätte! Das ist ja assi! Soooo! Soooo! Ähm... Ähm... Ja, so kann ich auf jeden Fall zumindest irgendwie da hin. Gut, wunderbar. Denn ich muss jetzt nochmal da rein, diesen dämlichen Stern holen. Ah, scheiße! Ah, scheiße! Wow! Pfff! Was ist ja nicht v ошиб muted! Wow, helicopter! Right! Oh! Noch mal consideriert. Auf jeden Fall! Oh! Tier hat! Also vamos preserved ihn auf. oh man ok 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 ich weiß echt nicht warum ich mal so viel Angst davor hab da runter zu laufen äh da rüber zu laufen also bei diesem Holzblock der Erfe geht mal wieder auf den Sack so und ich hoffe dass ich jetzt wenigstens diesen Stern kriege wenn ich danach sterbe ist mir das egal halbwegs aber na das Problem ist ich kann hier drin ja halt einfach sterben und das an nicht mal unbedingt wenigen Stellen ach so nö 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 naja es ist ja schön dass ich jetzt hier drin anfangen darf nö 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 So, und nochmal das ganze einsammeln. Das geht diesmal wenigstens etwas schneller. Also nur weil ich hier glaube ich schon 80 oder so fast bekommen habe. Oder auch nicht. Sind es halt nur 60 oder sowas. Oh, muss ich immerhin die ganzen... Hallo? Die ganzen Goombas und sowas nicht töten. Wenn ich es dann mal doch mache, nehme ich die Münze auch gerne mit. Oh, das ist so. Beim letzten Mal original genau so gemacht, da ging es. Das finde ich interessant, dass ich jetzt immer hier drin starte. Wahrscheinlich so lange, bis ich den Stern da mitnehme. Das heißt, ich mache jetzt hier auf jeden Fall immer den Anfang. Okay, hier scheint es sonst nichts mehr zu geben. Ah, da, da! So! 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 Mach hin, das leid. Ich muss ins Bett. Dann geh doch! Sag mal! Boah! Ich werde jetzt noch nicht so schnell aufhören. Die Welt hier werde ich noch mindestens machen, bevor ich aufhöre zu streamen. Und das wird noch eine Weile dauern, da ich immer noch die 100 Münzen brauche und so weiter. Und ich glaube auch... Ja, ich glaube, ich habe allgemein erst einen Stern aus dieser Welt. Da gab es ein Leben. Ich meine die Sache mit dem TS, ja, frühestens nach dem Stream. So! Ja, ich bin jetzt noch nicht so schnell. Es klappt. Ups. Ohohoho. Nein! Mach keinen Scheiß! Warum ausgerechnet damit? Hallo? So, ich bin wenigstens so nett und werfe dich irgendwo hin, wo du nicht runterfällst. Liegt aber auch daran, dass ich die Münzen brauche. So, kommst du wieder? Gib mir deine 3 Münzen. Oder 2 oder ich... keine Ahnung. Wie lange der Affe mir den nicht klaut ist mir das egal. Der Napfe ist so nett. Der Napfe ist so dumm. Der Napfe ist so dumm. Und die Bahnen ist auch Kunde wie du. Das hat einen Zusammenhang. Den ich nicht verstehe. Der Napfe ist so dumm. Äh... Okay, tschüss! Pfff! Gut, dass das wenigstens auf einmal funktioniert? So... Drei Stück und da sind noch drei... Gumm... 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 Was will ich sagen? Keine Ahnung. Wo kommt der her? Was machen die die ganze Zeit hier? Die rennen immer irgendwo rum, wo die nichts zu suchen haben. Wunderset? Bumms... Eins... Und da ist der letzte... Wunderbar! So. Schöne Sache... Schöne Sache... Und da ist der letzte! Jetzt hab ich nur.. ... die Fühlen abzusterno... Und gleich zwei Leben mehr. Juhu! Achso, klar, das wäre nicht hier, sondern... Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Ich hätte geheult... Oh Gott! Ich finde die acht Routenmünzen? Yeah! Okay! Ah, Quatsch! Was sage ich okay? Hey! Hey! Junge! Fahrst du wieder anders? Tssst! Achso, okay, hier! Dann werde ich als nächstes erst mal den Affenkäfig erkunden. Prost! Joach! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Was? Naja, egal. Ähm, okay. Gut, dass ich das nicht verstehen muss, was da gerade passiert ist. Ich würde dazu einfach mal wieder sagen, das Spiel hat keine Fehler. Ja, cool, ja. Pfff... ...Skill! Definitiv motiv... Oh Affe Mann, ist doch gut! So Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Ups Fang den Scheiß Affe noch blödeliger Oh Mann Komm her, komm her, komm her Oh Oh Uh, meine Mechanics Ja Endlich Aua Hey, lass mich los, das war dann ja Spaß Das wird kein Humor, was? Okay, ich mach ihn voll, ich darf ihn nicht loslassen Aber er habe ja eine Bereicherungspflicht Ja klar Herria, wie kommst du und wo lagst du denn so lange? Ich bin doch da Was willst du von mir? So Wunderbar, danke schön komischer Affe Ich kann dich trotzdem nicht leiden, tut mir leid Dann muss ich jetzt noch hinterm Wasser fallen nachsehen Und Und Diesen einen Sterner von diesem Pilz Erforsche die Steilwand Das müsste dann jetzt das mit der Bahn sein Muss ich mich zudem mit der Kanone hinschießen? Oh das ist so unsicher Ja Ich werde so oft sterben Da haben wir glücklicherweise genug Leben dafür Und Hopps Das war knapp Ist klar Er klettert hoch und hängt sich an der andere Seite Wieso nicht? Ja 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 Das war Egal Ich wollte grad eigentlich noch Dings Das dicke Dings holen Das Leben Das Und Die Dann So, und was gibt dann gleich nochmal ein Leben dazu? Voll gut, ey. Speichern und weiter. Halte Ausschau auf der Brücke. Aha. Knappe Sache. Warte mal, vielleicht wird mir irgendwas gesagt, was sinnvoller ist. Achtung, starke Böen, aber es könnte auch eine aufregende Reise werden. So. Ich würde sagen, das ist der richtige Winkel. Hm, wo willst du denn da hingehen? Egal. Geil. Nur wie muss ich jetzt schießen? Hm. Hab ja noch 28 Versuche, ne? Auf gut Glück. Oh, ganz knapp. So, ich muss mal kurz im Stream gucken, wie ich denn geschossen hatte. Ich glaube es zu wissen. Ja, alles klar. Gut, war eine schöne Position, um sich das merken zu können. Ich vermute, ich muss ein Stück weiter nach unten schießen. Ich würde dann genau da landen, wo ich hingehen will. Also, ich will zum Stern, ne? Ist klar. Das mit dem Außerweltschießen hat ja schon mal nicht funktioniert. Scheinbar. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg dafür ist, aber... Es scheint zumindest schon mal zu funktionieren. Hm, das wäre jetzt genau ein Stück weiter unten. Wenn ich mich jetzt nochmal ein Stück weiter nach unten schieße, komme ich wahrscheinlich nicht mal an. Ich wette drauf. Juhu! 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 Oh! Jo, klappt immer so. Können mir zwar gut vorstellen, dass es auch noch einen anderen Weg hier runter gibt, aber... Wäre es ja egal. Juhu! 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 Einfach zu mir selbst gejobbt gesagt. Wahnsinn. Aber egal. So, jetzt muss ich nur noch den letzten Stern hier finden. Dann habe ich diese Welt auch hinter mir. Und danach... Hm, welche mache ich denn danach? Ich glaube, das ist jetzt nur noch die größer und kleiner und die zweite Schneewelt. Und die zweite Schneewelt? Nee, das ist die einzige, oder? Also die zweite? Nee, die zweite! Stimmt, das hatte ja gestern schon eine gemacht. Die noch easy peasy war und so. Ähm, okay. Bläh. Geil, bläh. Wunderbar, wieder volles Leben und jetzt müsste ich glaube ich auf die nächste Brücke Ah ne, das heißt ja schon kalte Ausschau auf der Brücke und das ist eigentlich die einzige Brücke Wie komme ich da jetzt nur rüber? Schonmal nicht mit dem falschen Sprung Wieso ist die Denkung gerade verkehrt herum? War gerade falsch herum beim Schwimmen irgendwie, keine Ahnung So So Ist gut So Tschüss So Tschüss Ok, der Sprung will noch ne Idee. Ansonsten wahrscheinlich mit dem zweiten Sprung, wenn der andere von mir jetzt angedachte Sprung auch nicht funktioniert. Nein, alles klar, das geht nicht. Gut, so ein Block würde das Ganze um einiges einfacher machen. Das kann durchaus sein. Was auch immer das, sag mal. Ja. 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 So, jetzt ist nur die Frage, höre ich jetzt auch auf? Oder mache ich noch das Stock weg zu Ende? Gut, ich stelle mich jetzt erstmal kurz hier hin. Deiner Baby Mario krabbelt durchs ganze Welt hier. Das macht so viel Spaß und so, das macht mich so glücklich und ich lange bin nicht kaputt. So, bin nochmal kurz weg und denke drüber nach, ob ich jetzt noch weitermache oder nicht. Bis gleich! I'm a kinder. I'm a kinder. I'm a kinder. I'm a kinder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020